Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss unverbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich. Und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Isaac. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Es mag nicht gleich mit dem Ihr Schatten. Oh, 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 oh. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Komm in die Hufe, Basim. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Die Beine Kr欺heit geht. Die Beine Kräger ist weg. Yen muss die Gitarren machen. Sie können die Er플beeren racja-Trofon machen. Ich weiß, was damit Menschen texten werden sie Dalmischen throwet. was diesen auftrag angeht ich will nicht dass du meine worte für aufdringlich hält ich sorge mich nur um dich sadiki es ist nicht lästig sich gegen unsere unterdrücker zu wehren wie es die verborgenen tun hältst du dich für den helden von morgen den nächsten gilgamesch nein ich bin nur der sohn eines staatsdieners der sein leben der verbesserung des lebens seines volkes verschrieben hatte um dann erniedrigt und vergessen zu werden doch es schmeichelt mir dass du mir solche größe zutraust ich kann mich nur bemühen das habe ich so ganz sicher nicht gemeint ich habe es so verstanden so viele menschen da muss etwas wichtiges vor sich gehen der kalif wurde in den winterpalast gerufen sicherlich ist es ein reiches gefolge dass die menge angelockt hat vielleicht sind sie in stimmung etwas zu spenden ich verstehe eine kleine fingerübung um den verstand zu schärfen wenn dieser auftrag und schon nicht ernährt soll es eben das kalifat tun dieser händler hat seine böse auf dem tisch liegen lassen etwas einfaches zum warm werden und jetzt weg jemand was bemerkt mach dich bereit ich wähle sie aus ein scharfes auge und eine geschickte hand ein vortreffliches paar dieser eidler gockel da er muss etwas von wert dabei haben diese hat die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Oh, was denn? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir guttun. Bis dann, Fahmi. Das wurde auch Zeit. Das wurde auch Zeit. Nimm ein Bad, dann fällst du den Wachen. Sieh an, sieh an, sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Seider. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Boten, Junge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich hab gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Natürlich. Muttea, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die grießgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht hab, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Muttea. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen. Aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen. Wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnet die Idee. Bis später, Basim. Natürlich. Das sind Soldaten. Du bist auf dich allein. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Basim. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Du bist auf dich allein gestellt. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Basim. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, Ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Und dann, wenn wir sie nicht hineinlassen. Und wenn wir sie nicht mehr tun, dass wir sie nicht mehr russisch machen. Und dann, wenn wir sie nicht mehr russischen Arbeit haben, sind wir die Gefahr an unsere Tür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren. Wenn sie mich beim, äh, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an einem Hafen geangelt. Hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Hm, äh, ja. Eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Chassip. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Aber Neum aufgelenktur. Sein